Hallo Leute und willkommen zu Warframe. Das Update 14 ist jetzt seit etwa zwei Wochen draußen. Ich konnte es noch gar nicht spielen, weil ich im Urlaub war und deshalb spiele ich mit euch jetzt den Prolog. Ja, Shift Features wie die Foundry, Arsenal und Applikation werden erst im Prolog freigeschaltet, bla bla bla. Und ich habe bis jetzt eigentlich nur über Update 14 gelesen, ein paar Videos gesehen und naja. Ja, mal schauen, wie es jetzt eigentlich ist. Ich müsste das mal lauter stillen, glaube ich. Aber jetzt, etwas hat aus den Ruinen der alten Krieg gelesen. Der Grineer. Sie spielten die Kolonien. Seine Klone fliegen das System aus einer schlussischen, toxischen Wälder. Die Die Königin, die Sie, die 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 verlieferen. Vor, an eine stoelle. An 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 Die Krustelung haben sie begonnen, um die Kolonien in ein Empires zu verändern, um zu sehen, dass die Tenno, schlussend und schlussend, nie wunderviert werden. Okay, choose your Warframe. Das ist sowieso eigentlich egal, was ich nehme. Ich überlege jetzt nur Mech oder Excalibur. Ich würde sagen, ich nehme Excalibur einfach. Ist ja eh egal. Wake up, Tenno. Ich sehe, dass der Lotus versucht, dich zu erinnern. Es tut mir leid. Du bist jetzt meine Prise, Tenno. Nein! Nein! Wir nehmen diesen einen mit uns! Was hat er dir getan? Ich kann nicht mehr Tenno verlieren. Ich schlussende deine Power-Systeme. Richtig, benutze deine Power! Seid euch! Ja! Seid euch! Seid euch! Seid euch! Seid euch! Okay, kann ich irgendwie... Nee, ich kann... Ich habe keine Angriffe außer Slash Dash und Slash Dash geht irgendwie auch ohne Schwert. Ich bin der Lotus, dein Freund und Geist. Ich sehe, dass der Cryo-Slave deine Erinner hat. Also für heute fokussieren wir uns auf die Erinnerung. Okay. Ein Extraction-Ship ist auf seinem Weg, aber die Grineer wird dich schützt. Deine War-Greem-Power hat verdammt. Seid euch! Find ein Weapon ohne Grineer-Interlock. Mark 1-Bow. Atenno's Melee-Weapon honors their Warrior-Tradition. When technology was turned against them, they adapted. Atenno-Maston respect their enemy, but offers no mercy. You have much to relearn, but I will be with you, as I am with all Tenno that still lives. Atenno's Melee-Weapon is ahead. Grab what you can. Atenno's Melee-Weapon is ahead. Grab what you can. I can't steal them. I can't steal them. I can't steal them. I can't steal them. With discipline and aim, a Tenno's Sidearm can strike like a torrent across the battlefield. I can't steal them. Good. The extraction point is up ahead. Hurry, before Vor finds out you've escaped. Oh wow. Yeah. Sorry. Well that was. Why aren't you complaining? Why aren't you complaining? Why aren't you complaining about that? Why aren't you complaining about that? I don't know. Why are you talking about that? um sich in einem diversen und effektiven Krieg zu bauen. Dieser Planete war einmal eine Wasteland, abhandelt. Aber jetzt, dass die Luft zurückgekehrt hat, so hat die Grineer. Du hast es geschafft. Da ist der Extraction-Ship. Oh. Captain Wars Voyage, das ist offenbar auch eine Razer-Kanone. Du bist jetzt nicht bereit, um eine Krieg zu treffen. Use deine Melee-Webungen, um die Beine zu blockieren und reinzukommen. Ich bin nicht auf dich. Ähm, wo denn? Kann ich hier rein? Lock die Aria down! Dieses Tenno ist mir! Es ist ein Energiesignal in den Ruinen. Es ist vielleicht unsere einzige Chance. Aber wir müssen den Lockdown verlassen. Suche die Wreckage. Du solltest einen Seifer finden. Du solltest den Lockdown verlassen. Gut. Ich markiere die Konsole. Use die Seifer da, um den Lockdown zu verlassen. Die Könige wollen, dich zu retten. Aber ich brauche nichts mehr. Wäre nett, wenn du dich dabei nicht töten würdest... ... vor allem mit den Angriffen, die du eigentlich nur mit Tier 4 benutzen kannst. Geh weg, Tenno. Du musst noch vorbeizuführen, wenn du voll gestorben bist. Wir sind nahe, meine Sohne. Berecht dich für die Regierungen. Wir brauchen diesen Tenno. Ich bin froh, dass es jetzt mehr Starterwaffen gibt. Ja, offenbar schon. Ich bin froh, dass es jetzt mehr Starterwaffen gibt. Ich bin froh, was Vorhr gemacht hat, aber wir können sie jetzt nicht entfernen. Geh weg, das Energie-Sign ist vorne. Der Orican-Schnitt ist vorne. Geh weg. Die Menschen haben was ganz anderes gesagt, aber egal. Ach. Uh, hallo? Enemische Reinforzungen sind hier. Schiff Cephalon, wir brauchen immediate Extraction. Der Operator ist in danger. Ich brauche ein paar Momente, um die Fahrzeuge zu fahren. Tendo, bist du Angst? Du kannst nicht von diesen alten Augen schlafen. Ich habe dich gemerkt. Du wirst mir zurück. Ich gehe mal auf die Kuh neil. 15 Sekunden noch, alles klar. Na komm. Stirb doch einfach. Wow. Ähm, ja, jetzt halt das Knochen. Und jetzt? Nach dem. Ich muss sie sehen. Oder muss ich jetzt auch alle töten, die da sind? Das kann natürlich sein. Würde auch Sinn machen. Teno, das Schiff ist bereit. Es ist Zeit, zu gehen. Also da leben zwar noch welche, aber okay. Schiff. Operator. Du hast zurück. Ich bin Ordys. Schiff Cephalon. Ein Schau von meinem alten Selbst. Ich kann nicht den Operator in so einer Kondition servieren. Ordere mich, um sich zu verhindern. Ich verstehe. Ach, jetzt habe ich wieder meine Nova. Die Grineeren sind für diese alten Technologie. Sie ist höher zu ihnen. Vielleicht sind es noch Systeme, die in der Orbiter-Kompartment? Oh, schau mal an die Schmiede. Die Schmiede. Die Konditionen sind verliebt. Die der Orbiter-Kompartment haben keinen Lebenssupport. Warum hat der Operator mich abandone? Die Schmiede ist für mich. Die Arsenaal-Management könnte geregelt werden, wenn der Operator ihn wünscht. Natürlich. Sofort. Herr Hörer, Ordys, jetzt kann ich den Operator mit besserer Modellzuwahrung. Oh, die Versorgung! Die wurden auch verliebt. Ach, ich kann hier doch nichts upgraden. Alles klar. Ähm, ja, wo soll ich jetzt hin? Ich gehe mal auf Solo. Aber abgesehen davon wüsste ich jetzt gar nicht, zu welchem Planeten ich soll. Okay, das steht hier noch nicht. Ist Dorship kommst? Ja, wohin denn? Ich habe hier zehn Planeten zur Auswahl. Hold, right click to rotate. Das sieht ja an sich schon sehr cool aus, aber das hilft mir jetzt gerade absolut nicht. Ja, cool. Was haben wir hier? Bestimmt, es gibt ja neue Nodes für jeden Planeten. Deshalb kann ich hier auch keinen Extraktor mehr hinsetzen. Fuckyou.de Oder hier? Das ist einfach nur ein Infestation Outbreak, wenn ich das richtig sehe. Was ist hier? Ah, sag das doch. Oh. Die Askeris arbeitet. Sie bräuchte durch. Ich sehe die Schäden in deinem Gehirn. Ich kann mich dransetzen. Bin mal gespannt, wie es hinterher dann aussieht. Ja, genau. Mach mal passend. Elf Scans. Und dann direkt erstmal ein Dual Kill. Also, ich habe jetzt wieder Zugriff auf meine normalen Sachen. Aktiviert die Konsole, damit ich das Kommunikationssegment benötigen kann. Okay. Mit anderen Worten, Interception. Für Arme. Okay, mein Helios hat auch was getötet. Als jeder Moment passen, die Askeris bräuchten deeper. Sie zeigen dir. Ja, das Ding ist nur, dass das auf meiner Nova gar nicht drauf ist. Warglykma! Ich hätte jetzt so Dreckscalibur weiterspielen müssen, damit das sichtbar gewesen wäre. Der hat nicht so wie die Kussballen aufgegriffen können, oder? Ich habe es nicht so viele. Wir werden nicht so viele Kussballen² des Reims anschauen. Ich habe es nicht so viele! Ich habe es nicht so viele, dass die Kussballen von Kussballen zuлу. Ich habe es noch viele! Es ist bereit, mach das Segment. Wir haben das, was wir gekommen sind. Jetzt kommen wir zur Extraction. Den man, glaube ich, gut so im Kopf haben kann. Das Kommunikationssegment wird das Schiff mit unseren Tenno-Aberativen verbinden. Du bist nicht alleine in diesem Kampf, Tenno. Natürlich, ich habe eine ungelesene Nachricht. Okay, ich habe eine ungelesene Nachricht. Ja, dann lass mich sie doch lesen. Orbiter Voidcloak engagiert. Willkommen zurück, Operator! Der Operator hat ein Segment bekommen. Installiert es jetzt! Ordus ist patientlich erwartet seine Installation. Geht die Kommunikationsseite online. Ich muss analysieren, was Vorza Skars ist für deine... Systeme engagiert. Ich glaube, das wird das tun. Ordus ist dankbar. Der Operator ist jetzt mit anderen Teilen im System. Der Operator kann jetzt kontaktieren, all black markets, scumbags, Kontaktarmstellerinnen. Exzellente Idee, Ordus. Tenno. We need to make contact with the corpus defector sympathetic to the Tenno cause. They will of course require compensation. You see what this is referring to, Operator? Irgendwo hier? In this case, compensation will not be credits. It will be freedom. I've updated navigation. You will need to break him out of a Grineer Gulag. Oh nein. Äh, so. Jetzt möchte ich aber gerne mal... Also, Eis hat immer noch den besten Blauton. Und habe ich jetzt irgendwo... Hä? Müsste ich nicht eine Farbpalette kriegen? Also eigentlich würde mir das ja schon reichen, wenn ich die Siandana mal hinkriege, dass die nicht aussieht wie ein Haufen Kotze. Die Siandana ist schon richtig, aber ich möchte gern die Farbe ändern. Und dann Energy. Ja, das sieht schon mehr... aus, als könnte man es sich ansehen. Ich muss mich da auf jeden Fall nochmal dran setzen. Okay, dann würde ich sagen, wir befreien mal den Waffenhändler. Ist das der, von dem ich denke, dass er es ist? Ja, das ist die Sache. Ja, das ist die Sache. Ich werde noch sagen, dass er nicht so gut ist. Ja, das ist die Sache. Daro war für sich selbst, aber er ist sympathisch gegenüber den Tenno. Der Grineer muss sich herausfinden. Du bist noch nicht klar, keine Detektion von Fehlensensoren. Ja, Stealth Kill. Oh, ich kriege EP wenn ich 10 Miracles mache. Das würde ich vielleicht tun. Vielleicht hätte ich dann Loki nennen wollen. Oder Ash. You may proceed. Okay, das Ding. Search these cells for Darbo. He has to be here somewhere. Extraction is ready. Remember, your success here depends on getting Darbo out of there, alive. I owe you for this, Terno. I will get my Entourage to meet us in orbit once we're clearer. Don't let Vora distract you. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. We've been wrong all this time. Terno do not control the Warframe's divine energy. The Terno are that energy. Hm. Each Warframe you control is merely a glass, shaping your furious flight. How many Grineer slaves died to build this place? You've been seen. Ready your weapon. What are you doing? I don't know. I don't know. I don't know. The Lord must be desperate to send you fetching greedy fools from the Corpus. We must figure out how to make a catcher's life. Alright. We must check us out how to make a catcher's life. Now the Ascaris has been deep enough to give me influence. Shall we see how your shield works? Oh, er hat meine Schilder halbiert. Die Ascars ist immer noch zu stark. Wir müssen herausfinden, wie es rauskommt. Überraschung, dass ich ihn versuche und blockiere. Ja, Lukas, mach mal. Ich lauf einfach weiter durch. Der Kaptive hat sich gefeiert. Du hast dein Teil getan, Tenno. Wir nehmen es von hier. Event Score? Das Event ist doch schon vor allem vorbei. Ich sehe, dass der Operator jetzt das Mod-Segment ermöglicht kann. Ordis wird dir gefühlt zeigen, wie du dein Arsenaal upgraden kannst. Kann ich den Feuer? Sieht so aus wie Bladen-Würfe. Okay. Operator, ich habe die Mod-Segment zu deinem Arsenaal jetzt. Keine Chance, mich zu bedanken. Äh, upgrade deinen Warframe jetzt. Gehe ins Arsenaal, um die Weapon-Upgrade-Optionen zu sehen. Okay, das heißt, ich kann hier wieder hin. Und jetzt sehen alle mein Nova-Bild. Also mein Serious-Bild. Ich habe noch einen anderen. Gehe. Oh, danke für mich zu helfen. Ich bin in deinem Arsenaal. Und ich oft bezüglich meine Arsenaal. Ich kenne diesen Arsenaal. Es ist eine Parasitik-Restrain. Wir korpusieren etwas anderes, um unsere Robotics in line zu halten. Also, um meine Schulden zu haben, gebe ich dir eine sehr kostenlose Blueprint. Für frei. Weil ich dich mag. Und, naja... Viele meiner Kunden leben nicht lange lange mit diesen Graneer-Dogs, die die Arsenaal abküren. Hier. Use deine Foundry, um ein Kontermeasur-Device aus dieser Blueprint zu bauen. Gute Glück! Vors Ascaris ist in deinem Warframe. Ich bin froh, es wird deine Meinung effektiv sein. Ich kann dich nicht verlieren, Tenno. Wir müssen sofort das Schiff's Foundry restaurieren. Okay. Dann, Navigation. Eine nahe Ohr-Extraction-Kolonie hat die Foundry-Technologie, die du brauchst. Ich bin sicher, dass sie es mit dir sharen. Seine Location hat auf deine Navigation-Konsole geändert. Äh... Hier. Exterminate. Keine Probleme. Die Kolonie ist unresponsiv. Geh zur Verfügung, damit wir sehen, was passiert ist. Nein, das wäre da. Sieht immer noch kaputt aus. Die Grineere sind hier. Und ich kann keine Szenen von lebenden Kolonisten finden. Sie haben trotzdem noch einen Job zu machen. Find das Foundry-Segment. Entschuldigung. Es geht nicht. Entschuldigung. Sie haben dich gesponnen. Beifatung zu einem Kampf. Äh, Fahrzeugdruck. Hier lang. Ah, das sieht hier einfach nur rum. Gut. Dein Schiff ist ein Schritt näher zu Ende. Jetzt gibt es noch etwas, was du tun musst. Eliminate alle Grineere und gefordert den Kolonisten. Die Worm wird in deine Spine und ich werde das Warframe kontrollieren. Ich werde deine Mutter purge, und bringe dich nach Hause. Das ist ein Schritt. Ähm, hallo. Ach, ja, letztendlich haben wir uns glaube ich keine Durchdringung. Und der Paris Prime schon, wenn man den Bogen vollständig spannt. Also hier sind auch ein Bono-DK, ja, hier. Marien inbound. Ja, komm. 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 Ich meine, die haben auch in zwei Wochen ungefähr elf Hotfixes rausgehauen, einer am Sonntag, da merkt man mal wie engagiert doch die ist. Die letzte Grineer. Wenn es keine Kolonisten gibt, werden sie wissen, dass die Justiz für ihre Familien gemacht wird. Zeit für die Extraction. Oh, ein unbeschädigter Mod und ein beschädigter Mod, die ich auch unbedingt brauche als Nicht-Neuanfänger. Moment, ist da oben eine Mailbox. Ihr Foundry-Segment ist bereit für Installation, Operator. W-w-w-will die Operator bildet ein Cephalon, um mich zu vermitteln? Mit ihr? Oh, hier kommt sie. Und Oberon. Oh, ja, ich habe hier noch alle meine Sachen. Typical Corpus. Sure, the blueprint is free, but jack up the components! Operator, we will need resources in order to build the countermeasure blueprint. Hab ich doch schon. Braucht auch null Minuten. Terno, I just received a very explicit message from your ship Cephalon. If you're looking for resources, why didn't you just say so? I know just a bliss, but I demand an apology. My mother is no gymnast and she would never eat those things. You can go straight to... Operator, I am sorry. Wow, you may want to get a new ship Cephalon when you can afford it. That one seems glitched. I've marked your navigation at the place I know. It's good for resources. If you can stand the gold. Yeah, super. Ist das jetzt eine Quest, oder...? Ja, okay. Wenn das Teil der Quest ist, mache ich das natürlich. Aber ich kann das Ding doch zu dem entfernen. Ich weiß nicht, ob das vorgesehen ist. Ich denke mal, die Questline ist jetzt ein bisschen... ...am Arsch, aber... Das Chaos geht immer noch an mir. Ah, nee. Den Warframe wechsle ich jetzt nicht. Den müsste ich dann nämlich noch umkolorieren und so. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Hey, Jack. Oh, nee, das geht nicht. Didn't du weg? Okay, mach ich... Oh, nee. Mein Vater? Oh, nee. Du bist hier. Technisch ist es zu stehlen, aber es lässt dich nicht beurteilen. Die Gorm ist nicht genau die Beacons von mehr Fertigkeit. Sie verkaufen alles zu niemanden. Geh mich nicht falsch, ich liebe Profite. Ein viel. Aber ich verkaufen nicht meine Wehrs zu den verdammten Grimeanen. Das ist unvergibbar. Ja, Lotos? Du hast meine Sohne verletzt und mich vor meiner Königin verletzt. Aber bald wird die Ascaris ihre Aufgabe beurteilen und nicht mehr. Du bist noch nicht klar. Keine Detektion von Fehlensensoren. Der Überpass ist fertig. Geh. Geh. Hm. Es ist wahrscheinlich nicht vorgesehen, dass man schon die Rohstoffe hat. Hm. Hm. Geh. Das... Die Dinger sind einfach noch ganz normale Kissen. Du hast fast fast, was du brauchst. 450 Bergungsgut. Okay. Boah. Zum Glück kann man nicht aus der Map fallen. Boah, kann man schon, aber dann ist das ein Bug. Boah. Das ist ein Bug. Ich bin ein Bug. Aber du ist nicht der End. Ich kann nicht die Vierge. Wer hat das bases... Aber du bist nicht der End. Boah. Ich kann die Vierge. Ich kann die Vierge. Aber du bist nicht der End. Aber du bist der End. Die Asguris hat sich in deinem Gehirn geholfen. Lass mich, über deine eigene Freude. Du hast gesehen. Bereit, deine Wege. Ah Was für ein Wachstum! Gut, du hast es geschafft, Vorus Ascaris zu verbreiten. Ich dachte... Ich dachte, ich habe dich verloren. Ich habe dich verloren. Oh nein. Die Ascaris hatte eine Tampering-Failsafe. Sie hat sich in dich befestigt. Wir müssen finden Vorus, bevor es sich befestigt. Geht nach Navigation. Bordet ein Grineer-Ship, um zu erreichen, seine Personel-Rekorde, wird der schnellste Weg finden. Ich habe gerade Kopfschmerzen. Operator, was wirst du für? Orthis assumes, finding Vor implies violence? Hallo, Operator. Die Systeme auf diesem Grineer-Galleon können mit dem Schiff gemacht werden. Find und extract ein Navigation-Segment. Die Schiffenblendungen sind besser als die Klanos. Ich weiß es nicht. Naja, eigentlich nur bedingt. Ich habe gerade eigentlich nur Crabbleaffen. Also, Crabbleaffen vor allem. Außer vielleicht den Duel-Eikon. Die sind eigentlich ganz gut. Ich bin mal gespannt, ob es hier ein Zahn aus Prime leben wird. Der wäre vielleicht cool. Das Navigation-Segment ist in der Nähe. Geh es. Du bist durch die Grineer-Marinen. Also, Ninja Athletik, ne? Aber... schaffst uns nicht, da mal die Wand hochzurennen, wenn man es mal machen müsste? Das war's. Saving the colonists could jeopardize this mission. I recommend you head straight to extraction, but the choice is yours. The Ascaris Failsafe is attacking your systems. Your shield capacity has just been halved. You're wasting precious time, Tenno. You've reached the ship's power systems. Destroy the reactor. That should take the pressure off the colonists ship, but you need to get out of there. Get to extraction before the reactor goes critical. I'm going to move a bit faster. The colonists ship has escaped. I admire your noble intentions, Tenno, but you must survive for the future of the system. Yeah, wow. Interesting. Why do you tell me if I can save them? Captain, do you know that I need to open on this ship? Awaiting navigation upgrade. Oh, did it have to be mercury? The heat drives me. Solar rail navigation to mercury enabled. Operator. All right, then we will say Captain Vor. st ¿Toy who's been working? Oh, yeah. Jetzt sieht mandemandana aus, als wäre sie grün. This is our chance. Vor has been stripped of his own god. He is vulnerable. Take him out. Also ich hoffe ja, dass ich noch Kodex-Gans habe. Wäre cool, wenn man davon mehr als ein 25 auf einmal kaufen könnte. Helios, da brennt die Dinger praktisch. Die Dinger, da brennt die Dinger, da brennt die Dinger. Und du wirst uns mit einigen Weg oder in der anderen. Nein, ich habe dich nur gerade geprimed, das muss ich nur erwähnen. Nimmst du jetzt einfach mal doppelten Schaden von dir und wirst explodieren. Außer du machst dich unverwundbar. Na, natürlich nicht. Und du wirst verlangsam. Dein Körper wird uns wagen. Und jetzt spawnen doch noch ein paar Grineer. Ich dachte, du hast keine Leibwache mehr. Dude. Danke. Was? Revive, aber sowas von. Was war das denn gerade? Oh ja, Kuproos, das muss ich mir auch noch mal holen. Die Dinger hat schon auf jeden Fall knoffig zu sein. Also die Leute bei dem Art Department haben wirklich gute Arbeit gelastet. Wenn die restlichen Systeme dahinter nicht so scheiße wären. Die Korpsen werden uns gut geholfen. Warum bin ich eigentlich gerade gestorben? Okay, vielleicht daran, dass ich extrem Schilde verliere. Dieser Mann hat deine Knappe an ihm. Spawn doch einfach mal Level 24, äh, Gegner. Haha, strength to the Grineer. Strength to the Grineer, ja, ja, ja. Ich kann Molecular Prime nicht nochmal machen. Das ist ein bisschen kacke. Spiel mit dem! Destroy uns, Telo! Du kannst uns mit uns, einerseits oder andererseits beitragen. Boah, hör auf dich rum zu teleportieren. Das ist Cheating. Du kannst uns mit uns, einerseits oder andererseits beitragen. Nope. Tenno, schau, der Ascars-Detonator hat gerade verliebt. Es ist, als ob es direkt mit Vor. Du bist hier fertig. Geh zur Extraction. Lange her, dass ich gegen Captain War gestorben bin. Aber ich hab gehört, die Bosses sind gerade im Moment alle ein bisschen sehr OP. Das heißt eigentlich, dass jetzt Boah's Prize komplett sein müsste, ne? Lass dich jetzt natürlich gucken. Ich denke mal, da kommt jetzt nichts mehr dazu. Ja, ich versuche doch nicht die ganze Zeit zu Doren-Doren-Koptern, aber ich hab nicht genug Ausdauer dafür. So, jetzt... So, jetzt... So, jetzt... So, jetzt... You've done it, Tenno. Vor's Ascaris is gone. You are free now. But your work has just begun. The Origin System is in chaos, and it needs you, Tenno. Vor was just a part of the Grineer Machine, and we have seen that the Corpus have begun amassing weapons of their own. It is a dangerous time. Ordiz will gladly assist the Operator in cutting a bloody pop in whatever mission they choose. We will be at your side. There will be others too. It is time for the Tenno to return. So, what mission will you do next? Gute Frage, aber da War's Price jetzt anscheinend fertig ist, was sagt denn der Codex dazu? Äh, Quests, War's Price. Ja, boah, jetzt kriege ich auch noch eine Nachricht bei Steam. Aber wenigstens habe ich das Ding jetzt so eingeschüttet, dass es nicht mehr angezeigt wird. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Warframe.